Gut, was kannst du denn? Das ist das letzte Mal, dass ich dich hier sehe. Es gibt ja noch was anderes als Muskeln. Guck sie mal so! Feine werfen kannst du doch! Hier bestimme ich, was sein darf und was nicht sein darf. Ich soll mich bei dir bedanken. Aber du bist wohl lebensmüde! Die haben gerade die Hanna Burksmüller aus dem Kellerschaf gerettet. Warte, ist das nicht mega? Was? Los, Alter, du schaffst es! Keine Müdigkeit vortäusch! Speer werfen kann! Was? Echt? Wie können wir dann reinhauen? Was reinhauen? Was reinhauen? was ein? Was? 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 Vielen Dank.